so freunde willkommen es geht weiter jetzt ganz endlich zum letzten gegner quasi zu gehen zum letzten flacon wurde auch richtig schön ausgeschildert wir haben da nur ein schuss in der waffe schon besser aus hier geht es nach oben und das wird wahrscheinlich der schwerste werden geflügelte embryo ihr glück danke das gewusst ist hier auch gleich lang geht hier geht es auch lange ich dachte wer jetzt unten lang gegangen ich noch was gesucht gedacht hätte ich finde hier noch was hier 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 Oh, 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 oh. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier so eine Art Nebenquest ist. Auch nicht schlecht, dass man durch Zufall alles so entdeckt. Okay. 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 Das ist krass, wo ich hier gelandet bin. Das ging ja auf jeden Fall noch nach oben, zu dem Anwesen, wo ich eigentlich hin muss. Das ist ein Ding. Okay, ganz ruhig, Sven. Wollen die überhaupt? Ah, der ist ein Schatz. So, wie kriege ich das Tor auf? Ich denke mal, vermute mal, gar nicht. Vielleicht die Ablenkung an dem Ganzen. Oder? Doch. Doch. Oh! Oh, okay, stehen wir heute. Oh, oh, oh. 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 Geh! Der ist wieder zugefallen. Kein vorbei zu sein. Mann, 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 die habe ich ja gut bekämpft, ey. Gut ab. Wütze auf. Okay, da ist auf der anderen Seite ist auch noch eine Treppe. Eine Treppe. Wahrscheinlich immer, wenn ich Hebel umlege oder so, dann kommt. Nixe. Schwarm von Wehrwölfen. Wer weiß, wo das da hinführt? Man muss sich da gar nicht hin, aber macht ja nix. Oder muss hier doch hin? Das ist doch nicht. Ja. 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 Was finde ich in dieser Festung? Faszinierend. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ohohoho haben es geschafft hätte nicht gedacht das war den dritten flakon so da ich bekommen weil da oben war noch ein schloss da war ich der meinung hätten wir noch hingemusst wenn das aber später dann auch noch mal abklären welches ich meine mich hier lang da ist es dasselbe auch Oh, come on. Hälter für Hälter Oh, 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 oh. So, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch was herstellen können. So, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch was. So, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch was. So, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch was. So, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch was. So, dann würde ich sagen, gucken wir weiter. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns. Oh, ha. Untertitelung des ZDF, 2020 der typ hat sich drauf er muss man ja schon mal sagen so haben wir in die ja ne yo ja mein ja 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 Der Boss in der Mühle Hurra Das können wir alles schön verkaufen Da freut sich der Händler Der Boss in der Mühle Was ist das ja ne Sehr gut dann haben wir das Rätsel auch noch gelöst Einmal sogar richtig gelaufen Jetzt geht's ab zu unseren Lieblingshändler Wo wir das da einsetzen Ich bin hoch erfreut Dich lebend wiederzusehen Du willst dich nur umsehen Tu dir keinen Zwang an Kristallner Schädel Der hätte auch mal ein bisschen mehr für geben können Perfekter Kristallner Hammer Oh alter Hammer war Gewesahnt Das ist Hilfearznei Ne die wollen wir nicht verkaufen Aha Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an Kann ich nichts mehr Erweitern Hier kann ich nochmal die Feuerkraft erweitern Mit Vergnügen Aha Moment bitte Die 44.000 haben wir nur noch Sondern dann kaufen wir uns hier erstmal Munition so gut es geht Ausverkauft Ist sogar kostenlos Eine interessante Wahl Ist ja wie als wenn er uns eine Probe schenkt Oder so Aha Mit etwas mehr Geld Okay So dann speichern wir hier nochmal Und dann setzen wir das ganze ein Letzte Oh ich bin ganz aufgeregt Der Flakor Torso Echt der Giganten Okay Und den können wir jetzt da oben Aufstellen Ja Zeigt uns den Weg Jetzt kann ja was werden Eieieieiei Gucken wir nochmal kurz Herstellen Was war das? Ich möchte mal gucken Ob wir jetzt die Brücke runter machen können Wir haben ja jetzt Die Korbel Ja Sehr nice Hier könnte ich dann mit dem Boot wegfahren Alles klar Das machen wir aber später nochmal Wir gehen jetzt erstmal zum Hauptziel Wenn wir das alles hin Und ich denke mal Es wird hart Geld des Giganten Das ist mir ja ganz so unwohl Wenn ich das nicht beeinflussen kann Dass ich auf einmal runterfahre Uh oh Uh oh Mach dir keine Sorgen um das Kind Alles wird gut Ha Na los Komm einfach über die Brücke Wir sind in Heisenberg gelandet Wie gesagt In seiner Fabrik Zum Looten hier Und nicht irgendwie beim rausgehen hier Irgendwie versteckt Ah Ethan Winters Willkommen Du hast Donner und Moho bezwungen Respekt Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt Ich mag dich Ich will mit dir über Rose sprechen Und Miranda Komm rein Keine Sorge Was soll das werden Ich komm gleich Ich will nur mal gucken Ob ich hier noch was finde Und ein paar Ressourcen hätten sie ruhig noch verstecken können Schwarzpulver Kann ich das nicht herstellen Es geht nicht herstellen Entschuldigung Das war's für heute. So, ich bin von hierher gekommen, ich schlumpf. Oh, wie oft ich mich in so einen Games verlaufe, ey. Wenn ich mir den Weg nicht merke. Was ist das? Mir? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner. Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sag, der setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe. Und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Graf. Da habe ich schon mit gerechnet. Scheiße! Scheiße! Ich habe eine Chance. Ich werde einen Weg finden. Scheiße! 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 2-0-4-3-3-3-1-2-4-4-4-5-5-4-6-4. Scheiße! weglaufen ist manchmal die bessere option was war das fending was was Oh, 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 oh. So, ich springe hoch da. Oh. 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 Ob wir da wieder rauskommen, ey. Oh. 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 Hier können wir eine Murmela einsetzen. geht nicht eine spezielle seine die richtige da geht es sich aber gut aus unser händler ist da dass du mir sowas überhaupt anbietest ich habe neue waren für dich besorgt wie wir es vielen dank für deinen einkauf geld ist es mir wert die tausend kopfhörner wenn ich deine waffen verbessern soll sag einfach bescheid munition kaufen jetzt nicht das was wir brauchen wir könnten kauft noch einmal wo er ist ist doch eigentlich auch meine schreibmaschine wird sagen auch nicht b4 problem ist ich sehe hier nichts es ist so dunkel schon wieder wenn wir hier weiter kommen monster aber ich sehe keine ich ja zum kotzen ich weiß nicht warum aber ich stelle mir am liebsten jetzt noch mal rotflint der ich glaube da haben wir mehr effekt mit wenn wir auch ganz gut gebrauchen ich habe nicht genug lügend strom drauf zu sein dann ich bin die doch bloß hier noch mal umgucken genau hier ist jetzt nämlich auch noch was muss nicht zerschwenden hier ist auch noch was ganz wichtig ja auch noch mal gucken hier war nämlich auch noch was irgendwas einsetzen was wir nicht haben ja 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 und gelbquart sehr schön es sitzt doch schon wieder einer mit der kettensäge ja 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 Das war's. Bist ihr mir ne Kugel oder wie? Danke. Pferderelief, ja ganz toll. Okay, ich hätte gedacht, oder besser gesagt nicht gedacht, dass wir da weiter können. Geht ein Schlüssel. Geht nicht. Es war ein Pferd, sondern ein Pferdekopf. Passt auch nicht. Der wird auch nicht passen, ist klar. Wollt ihr doch eigentlich nach oben, jetzt geht es wieder nach unten. Nee, es ist ein Pferd. Der wird auch nicht mehr. Guck mal. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. der munition kostete karte der fabrik fahrrad sehr gut oha ist das nicht eingesetzt fahrrad das musste hergestellt werden da fahrrad wo kann ich das bloß einsetzen ah da ok quasi nur muster gleich gesehen dass das einsammeln kann blöder geizig ne nichts versteckt und und Ich überrasche nichts mehr. So, zerkommen. Zahnrader einsetzen. Hier keine Faxen machen und hier falsch laufen. Da eine Zeit für. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen falsch gelaufen, aber nicht ganz. Genau, hier ist einfach richtig. Ich will jetzt das Zahnrad einsetzen. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschend. Sie hat mich und uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Sch... Komm mal ran, die Anbeter. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Storken verzilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Schön. Munition wird langsam schwach. Wir haben kaum noch Munition. Wir haben noch mal was herstellen, ne? Was ist das alles? Wir haben noch mal was herstellen, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? und keine munition mehr im schuss nur noch scheiße im schuss im schuss im schuss im Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, von hier komme ich doch. Aber wo geht es dann lang? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war sogar ziemlich einfach. Zwei Schuss noch, ey. Mann. Ist das auch mit dem Messer eigentlich? Da geht es auch. Okay, dann hätte ich mir die Schüsse auch alle sparen können. Hier nochmal, warum können wir denn hier runterlaufen? So eine Bewandtnis haben. Okay, wir finden hier nichts. Das finde ich komisch. Gehen wir wieder nach oben. Ich habe gedacht, ich kann ja noch ein bisschen was einsammeln. Was ist das? Ich glaube so ist die Variante besser. Ja. 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 Hier ist nichts. Ich laufe hier wirklich jeden Gang ab. So. So, Messer nochmal ziehen. Ja. 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 Ich attỏ puts yack, je ne? Scheiße. Wie machen wir das denn, dass wir da weiterkommen? ... Oh Mal gucken, wo wir langlaufen können Du wieder Oh Oh, sehr gut Dankeschön Oh, das gibt Geld, das ist gut Kann ich gut gebrauchen Jetzt brauche ich Munition ohne Ende Gibt's leider nicht Keine Munition mehr für mich Zu dumm, das passt nicht mehr rein Wenn ich deine Waffen verbessern Auf Wiedersehen Gehen landet aber ist das überhaupt richtig war nicht so schlecht aus glaube ich nicht so schlecht aus Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Mann ey, hier kommt man aber auch gar nicht raus. Das ist so zum Kotzen. Ich gehe wieder zu meinem kaufmännischen Freund zurück. Ich gehe wieder zu meinem kaufmännischen Freund. Ich gehe wieder zu meinem kaufmännischen Freund. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup. So, das ist der Generator, den haben wir angeschaltet. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hier ist unser Kaufmann. Hier, da ist der Kaufmann. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Das war's. Ich bin nicht hier. 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 Ich bin hier an der Tür. Ah, hier kommen wir zu unserem Händler, glaube ich. Ich bin nicht hier. Ich bin hier. Ich bin nicht hier. Ich bin 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 hier. Ja, da gibt's eine große Leiter zum aufsteigen und eine Leiter zum aufsteigen. Also Runtersteigen und aufsteigen. Oh, ja was ist denn da los. Ich bin hier die große Seelen. Aber wir haben es noch mal richtig hinbekommen. Die richtige Leiter genommen. 3 stück konnten wir erstellen toll da geht es weiter nach oben da ist auch eine treppe aber keine minen mehr ja Okay. Aber die kleinen Zombies brauchen wir uns gar nicht mehr abgeben, wenn jetzt die großen kommen. Nachgeladen hat er, sehr gut. Ich wollte gerade noch nachladen, aber wir haben ja einen Schuss noch drin. Ich muss es irgendwie anhalten. Bevor ich da hochgehe, ne? Okay. Okay. Ich glaube, das ist schon richtig so, wie ich es mache. Das Gefühl, das fällt gleich. Okay. 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 Jetzt noch mal. ist aber ich darauf klettert habe ich tot oder ja aber den irgendeine munition überhaupt noch oder oder haben wir noch ach alles klar ich hätte mal wissen müssen ist das die stromquelle wo gibt es da noch eine da nur dreine eins zwei drei in der mitte war noch eins mann war das knapp mal gut dass er nicht hoch eingeklettert ist wieder dazu gelernt beim nächsten mal würde uns das nicht passieren wenn wir da besser aufpassen wir haben ja gelernt dass der ist dieser also dieser verschluss auch bei den türen und so dass das immer diese roten lampen sind und wenn wir die roten lampen killen die welt in ordnung in die türen auf mit dem mechanismus aufzuarbeiten das war genau das war mega knapp das war ja auch lang müssen man kann es eine treppe oder so zu da gibt es eine leiter beweis wo die uns hinführt das war ja imagine gut so die da das war ja das war ja das war und nicht mehr lange und sie beginnt ihre zeremonie mit rose wenn es dazu kommt was das für dein kind und für das ganze dorf keine sorge ich halte sie auf mit russ hilfe kann ich mir an der töten du bist der einzige der keine ahnung von ihrer kraft hat hat er recht so ist doch damit kann man schlüssel herstellen jetzt kriegen wir ein bisschen mehr munition es geht noch weiter schlüssel müssen wir herstellen hier können wir b1 aktivieren sehr gut das ist b1 wo wir sind ja stets zu diensten gesehen und gekauft so eine einfache modifikation ist sofort erledigt essen ist leben wenigstens ein bisschen munition für mich munition ist immer ausverkauft bei ihm jetzt naja die frage ist wo müssen wir jetzt hin b4 oder b1 oder b3 wir speichern geht nicht aber wir müssen erst den schlüssel herstellen wenn wir den schlüssel hergestellt haben können wir nach oben raus und ob das hier irgendwo war war das so finden sie mich dunkel wer denn er ah das hier gießerei wir haben sie so war erstmal ein schlüssel fertig die kugel nehmen wir auch nochmal jo sehr gut das doch auch cool kugel grafisch auch richtig geil gemacht so Untertitelung des ZDF, 2020 Verbring's nicht! Verbring's nicht! Verbring's nicht! Verbring's nicht! Verbring's nicht! Ah, sehr schön. Heizkette haben wir ja auch noch, ne? Hab ich vorhin gesehen. Brauchen wir die noch? Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Hm. Prima. Zu hungern. Bellen auch speichern. Hier geht's nach oben und dann versuchen wir mal rauszukommen. Ich bin ja mal gespannt, ob der Fahrstuhl wirklich nach oben fährt oder ob irgendwas anderes passiert. Ich glaub, der rechnet gar nicht damit, dass ich den Schlüssel noch bekomme. Soll ich etwas für dich auswählen? Nö, lass mal. Heisenberg-Schlüssel. Jo, der passt. Ah, juckt mir gleich die Nase. Bist echt ne harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Wird's ne abfauen? Ah, okay. Wir konnten ausbreichen. Du kannst es auch hören, oder? Komm mal hierher. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. 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 Komm, komm. Komm, komm. Jetzt sind wir wieder unten. Wollten wir nach oben. Scheiße. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Mann, 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 Mann. Was? 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 Bullshit. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Ich bleib... Oh, wir darf... Oh, wir darf... Oh, wir darf... Ich komme... Ich komme... Ich komme... Oh, wir darf... Oh, wir darf... Oh, wir darf... Oh, wir darf... Das ist doch... 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 Alter, das ist doch... Das ist doch... Alter, das ist doch mächtig. Nein, meine Metallarmee! Ich bin diesen... Verdammten Witz herum! Aber ihr Stuttile! Jetzt wird's... Oh! Ich bin sie... Das ist so... Das war's für heute. Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst Rose in der Renne wieder! Erst kill ich Miranda, und dann gehört Rose Macht mir! Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Oh, wir haben es gepackt. Alter Falter, ey. Ethan? Was ist passiert? Da waren Explosionen. Eisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia? Aber... Scheiße. Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Eisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer, Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Oh, shit. Miranda. Genug. Hä? Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Oh, oh. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Oh, oh. Oh, ich würde sagen, das war's, ne? Shit. Oh Mann. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. So, das heißt, wir sind immer im Arsch, ne? Hier hat uns das Herz rausgerissen. Oh, oh. Boss. Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen. Aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, wer hätte gedacht sie könnte leiche spielen miranda könnte ethan infiziert haben deshalb habe ich rose und ihn mitgenommen aber das fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen als ich dort ankam waren ethan und rose weg das letzte mal als ich mit ethan kontakt hatte hatte ich mir an das stimme sie hat ihn getötet und damit kommt sie nicht davon wann hat es endlich ein ende was meinst du die mission alles drei jahre dauert das ganze jetzt schon drei jahre zu lang wir kriegen sie was team ist startklar die bsa ist also schon hier die lassen nichts anbrennen planänderungen nein das ändert gar nichts miranda töten rose retten das ist die mission und wir dürfen nicht scheitern genießen wir es leute wie in alten zeiten ausschwärmen keine ich will wissen warum die bsa hier ist find raus was du kannst okay wird erledigt ist schon eine weile her seit unserem letzten einsatz welcher war es noch gleich die wüste ich habe das beobachten sagt bin völlig eingerostet dafür wissen wir aber über mir anders pläne bescheid dass sie sich in mir verwandeln konnte ist echt krass naja fünf treffer zwischen die augen sind auch nicht von schlechten eltern gruselig so freunde ich würde sagen wir machen an dieser stelle mal schluss ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video bis dahin